Vom Geist? Survival Ah, okay, okay Ey, lass mich in Ruhe Ich will nicht, dass du mich haust, lass mich Ich will ja auch nicht Ich möchte nicht, lass mich Lass mich in Ruhe, du Arsch Komm, ess mal dich voll Wie lange kommt es einem eigentlich hinterher, bis du es vernichtet hast, ne? Was ist das? Geist Nö, wenn du weit genug läufst, dann ist er irgendwann weg Ups Aber nicht, dass Waffe gleich hier, ähm, krumm krumm und so macht alles, ne? Sollte mal aufhören, ähm, die Gräber auszuheben Ja, das, du kriegst auch Sanity davon weg, ne? Also Gehirn Mein Gehirn muss sich grad regenerieren 45 nur noch Ja, die Gräber können wir später ausheben Hab ich grad schon Weil die lohnen sich noch nicht von Anfang Hm Deswegen hab ich auch schon Gehirn recht gut Äh, äh, nicht Gehirn recht gut, sondern schon Okay, die zeigt er nicht an Äh, Drei Keine Ahnung, was ich grad sagen wollte Drei fallen Ich hab wieder voll vergessen, was ich grad sagen wollte Vier fallen Zendos Das so wissen wir doch Ich hab also grad echt vergessen Was meinst du, wieviel Sticks und wieviel Gras? Zehn Sticks, zehn Gras Okay Kann ich ein Haus bauen Zwei Sticks fehlen mir noch So Den ersten Hasen hab ich schon gefangen Hm Ein Stick hab ich nur noch Da hinten rennst du rum Ja Tu sie einfach in die Truhe die Sachen dann Ein Mondgestein Die Viecher kommen immer noch hinterher Warte Ist noch kein 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 Speer Da nehmen wir hier noch kein Speer Aber folgt nur mich wahrscheinlich grad Auch Treffen Alter Ganz ehrlich, warum trifft er die nicht? Jetzt Aber gleich Alter Nicht, dass du tot wärst dadurch Ne, 30 Ich muss erstmal weg Muss aufpassen Was hast du noch? Noch genug Dummkongno 36 hab ich noch Oh, es wird gleich dunkel Ich hab Oh, ich muss ja mal ein paar Blumen fressen Kannst du ein großes Pitfire machen? Wollte ich grad machen Ja, genau Stellen wir gleich noch zwischen den Häusern noch was Hm Ich will dir das nicht geben Okay, damit kann ich das viel erhöhen Warum kann man hier nicht rein klicken und dann, dass man da rein tun kann zum kochen Ja, hab ich mich auch schon gefragt Das wär doch viel besser Oder zum reinlegen Das ist einfach nur da dran brutzelt Ohhhh Nicht geben Okay, mein Gehirn geht wieder runter Okay, mein Gehirn geht wieder runter Ehm Willst du Fleisch? Wenn du hast Ja, ich hab nur ein Fleisch, aber Hier Danke relativ damit gut aus hast du die sachen fürs haus ja zehn dinger ich weiß gar nicht immer nochmal konnte das irgendwie man konnte doch nicht handeln näher man konnte dann kommen wir her dann stelle ich dir dein haus daneben kann ich gar nicht bringt das haus eigentlich schlecht an sanity christian hunger weg aber christian gehirn hoch ja ja kurz in der dämmerung oder wenn es ja aber mein gehirn geht auch so wieder hoch tag ja wenn du ganz wenig hast und wenn wir halt über die nacht schlafen wollen ich hab nur noch 40 oder fleisch oder muss ich auch noch erholzen muss sie sammeln und so komische wollen mich immer noch mal sammeln ich müsste eigentlich war ein bisschen was ablegen hast so viel jahre übertreibt centus nicht das hast du hallo bien hallo biene lass mich bitte wir sind chicken wings wir sind chicken wings ich hab mal dass sie gerade eine biene gegen so ein truch angekämpft haben okay nice mit dem tag gehen machen was du gerade so komisch alter wir haben so ein nashorn hier ausgegraben wir haben so ein metall nashorn ja unten ist ein backpack ist ein ich bin noch keines was aber auch noch keines tu aber schon naja ich hab schon klar ich komm schon aber das nashorn ja komm her nashorn und nimmst du schnell weg nimmst du weg haben alle sondern das andere auch dein dies rot ja die asche kann ich ja oder die asche nimmst du ja ich bin eigentlich voll aber na kümmere dich nicht um das nashorn ich glaube das war das nashorn dass sie alles platt gemacht hat alter hast du hast mich bei mir ist die ganze tasche voll nashorn komm her mach für mich die arbeit komm her komm her komm her geh weg das soll für mich die arbeit machen hier nein schade ja auch kaputt bei dir ja aber ich kann noch eine machen gerade nicht ich hab mir jetzt alles abgelegt naja wir wollten ein zweites feuer definitiv aufstellen und statt strohwände schon steinwände aufbauen wir haben momentan ganz schön viel stein ne ok bei dem was ich da gesammelt hab naja steinwände sind teuer naja trotzdem man müsste ja auch eine tür bauen können eigentlich finde ich ja das ist so ein gate auf jeden fall wo du rein und raus kannst ok der kriegt ganz schön viel der kriegt immer fünf pro blumen auf sammeln oh das ist natürlich nice sechs vier immer unterschiedlich ja ok bei den blumen kriege ich auch mehr ob das jetzt naja matt liegt das nicht wir haben ja keinen aua bastrock willst du den anziehen vielleicht ja ich bin grad hier hinten vielleicht liegt er drauf im charakter naja ich sammle auch bei blumen sammeln mehr ok wir haben die hälfte des tages mhm ich nehm ok der hat nur noch 34% wo sind denn noch vier in den zahlen aber ich brauch nur noch einen ich hab kann ja einen geben ja ich bin schon ein bisschen weiter weg aber wir haben noch kein schweine ding gefunden ne nö ah ich seh dich mal so weit haben wir noch gar nicht geguckt ne deswegen also einer sollte immer relativ nah sein das hab ich extra eingestellt ok aus dem grund falls falls vorab nein das ist damit wir was in der nähe haben hier müsste ich es jetzt anhaben ne eingesammelt ja jetzt hab ich es an ok mach dann hier automatisch weil ich hab auf dich geben gemacht ok warte mal ich hack erstmal alles kaputt dim 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 mhm nicht mehr lange man freut sich immer wenn er was aufhebt allein das bild beim auf der map sieht geil aus so ja irgendwas verraten leben ja ich hab grad ranzoomen um das zu sehen erstmal alles hier ja platt machen platt machen platt machen du sammelt bestimmt alles ein ne ja quietly ja